Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, Bitcoin 2033, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Wo steht Bitcoin? Was kann Bitcoin? Wer kauft Bitcoin, hält Bitcoin, nutzt diese Spartechnologie, nutzt Bitcoin im Alltag? Was ist die Vision, die Julian Linninger von Relay zum Beispiel, mein heutiger Gast, seinen Venture Capitalists erzählt? Was ist die Vision von Bitcoin in den nächsten zehn Jahren? Sein Argument ist relativ simpel, Bitcoin wird sich durchsetzen als Spartechnologie und dann auch als Währung im Alltag. Er wird das genau erklären im Podcast, wie er sich das vorstellt. Aber auch, dass natürlich der Kuchen jetzt noch winzig klein ist, dass wir in Wahrheit, auch wenn es sich nicht so anfühlt, ganz, ganz am Anfang stehen, was Bitcoin betrifft, vielleicht in den 90er Jahren verglichen mit dem Internet. Ein super spannendes Gespräch, wo wir ein bisschen in die Zukunft von Bitcoin schauen, wie sie potenziell aussehen könnte. Herzlich Willkommen Julian Linninger bei Was Bitcoin bringt in Wien. Servus. Vielen Dank Nico, freue mich mega hier zu sein. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir werden das im Februar wahrscheinlich bringen, aber wir sitzen jetzt hier. Es ist die erste Aufnahme des Jahres, wir dürfen das ruhig sagen, dass das neue Bitcoin-Jahr beginnt. Willkommen im zweitbesten kleinen Alpenland, in dem man eine Form von Deutsch spricht. Ja, okay, von zwei. Machst du schon öfter in Österreich? Nein, tatsächlich nicht. Ein paar Mal eben zu Besuch bei Imo, unserem CMO, der ja natürlich hier wohnt, aber sonst eigentlich nicht großen Bezug zu Österreich, auch fürs Skifahren. Viele Schweizer tatsächlich kommen nach Österreich zum Skifahren, was etwas günstiger ist und die Berge eigentlich noch schöner und noch höher sind. Aber ich persönlich bin dann fürs Snowboarden und auch vor allem in der Schweiz unterwegs. Bist du Lokalpatriot, was das betrifft? Ja, würde ich schon sagen. Also auch in der Schweiz so viele verschiedene Orte wie möglich. Aber ich war jetzt noch nie in Österreich zum Skifahren oder so. Wie gesagt, ein paar Mal halt hier so halb Work, halb Travel. Natürlich gut Schnitzel gegessen und so weiter üblicherweise. Und ich mag Österreich, wie wir vorhin schon diskutiert haben. Es ist relativ ähnlich halt auch vom Wetter her, von den Leuten her. Man könnte, wenn man hier einfach aufwacht nach einer durchzechten Nacht, könnte man auch meinen, man ist noch in Zürich. Es ist tatsächlich eine relativ chillige Verbindung, oder? Weil in Zürich ist es relativ easy, klein, du kommst schnell am Flughafen, fliegst rüber. Hier bist du auch relativ schnell in der Stadt. Das ist jetzt nicht so mühsam wie, keine Ahnung, Frankfurt oder London. Genau, nein, ich weiss, glaube ich, eine Stunde, vielleicht eine Stunde, zehn Minuten oder so im Flieger. Da wäre auch eine Zugverbindung, die relativ gut ist. Über Nacht, also bis Ende letzten Jahres gab es noch eine Übernachtverbindung. Die wollte ich ja damals eigentlich nehmen, als ich Anfang Dezember kommen wollte. Dann hatte ich dann eine Mittelohrenentzündung. Und jetzt muss ich da verschieben. Und die SBB, also die Schweizer Bundesbahnen in der Schweiz, haben da den Fahrplan gewechselt. Und jetzt gibt es keine Übernacht direkt Zug mehr. Nein, gibt es nicht mehr. Ja, okay. Ich bin ja ein großer Zugfahrer, weil die Internetverbindung ist im Zug so schlecht. Dann sagst du, endlich kommst du jetzt zum Arbeiten. Deswegen würde ich sogar, wenn ich die Zeit hätte, wenn ich mal nach Zürich fahre, würde ich sogar die acht Stunden auf mich nehmen und einfach Zug fahren. Und wenn du nicht arbeitest, schaut man einfach acht Stunden Netflix. Wann hat man dafür schon mal die Zeit? Kannst du natürlich auch, genau. Ist auch geil. Oder hört alle Bitcoin-Podcasts durch, die man noch nicht gehört hat. Das mache ich dann. Aber sobald du auch über die Grenze bist in der Schweiz, hast du dann tatsächlich funktionierendes mobiles Internet, da brauchst du auch keinen WLAN im Zug. Wir haben gar keinen WLAN im Zug in der Schweiz, weil einfach das mobile Internet, 5G, überall, das funktioniert perfekt. Also das passt gut. Kommt auf die Liste von Dingen, die in der Schweiz besser funktionieren als in Österreich und Deutschland. Aber darüber reden wir vielleicht erst später. Du hast heute auf dem Weg hierher einen Tweet rausgehaut, den ich jetzt nur paraphrasieren kann, aber du kannst ihn mir dann nochmal richtig sagen. Du hast gesagt, in den nächsten zehn Jahren, in der nächsten Decade, werden mehrere Milliarden Menschen in Bitcoin reinströmen und mehrere, ich nehme an, du hast Trillions sogar gesagt, an Dollars in Bitcoin reinströmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns das ausbauen. Die besten Geschichten beginnen mit einem Tweet aus dem Handgelenk heraus. Oder war das auch gar nicht heute? Hast du das so gescheduled, so wie Michael Seed das macht, dass du einfach die Weisheiten schon vorbereitet hast? Überhaupt nicht. Also mit Relay selbst sind wir da sehr professionell unterwegs und da haben wir ein eigenes Team, das Social Media Posts raushaut und scheduled und genau zu den Zeiten, an denen die am besten funktionieren und viel Engagement und so weiter. Also ein super gutes Growth Team, was das angeht. Habe ich überhaupt erwähnt, dass du Gründer und CEO von Relay bist bei der Vorstellung? Noch nicht. Vielen Dank. Also, Julian Liniger, Gründer und CEO von Relay, einer Bitcoin-only-App. Kann man das so sagen? Ja, unbedingt. Okay, also du redest jetzt von bei der Firma, bist du professionell und persönlich aber eher unprofessionell? Mega unprofessionell. Also ich selbst, wie gesagt, ich haue Tweets raus, wenn mir irgendwas danach scheint. Ich habe mal eine Idee und mal habe ich zehn Ideen an meinem Tag, da gibt es zehn Tweets an einem Tag und dann gibt es eine Woche, zwei, nichts mehr von mir zu hören. Ich bin da sehr unprofessionell, noch eigentlich. Mein Marketing-Team versucht mir eben auch, oder meine Investoren versuchen immer zu sagen, hey Julian, du musst eine Personal Brand aufbauen, du musst da regelmässig aktiv. Auf LinkedIn rumhupfen. Genau, und mittlerweile habe ich ein paar tausend Follower und so weiter, aber ich mache das nicht wirklich zu wenig professionell eigentlich noch. Also es ist wirklich, wenn mir, das war heute Morgen, ich hatte noch fünf Minuten, bis das Gate öffnete und zum Boarding beim Flieger und dann, keine Ahnung, ist mir irgendwie dieser Satz gekommen. Den nutze ich tatsächlich auch viel, wenn ich mit den Investoren spreche. Investoren wollen immer die große Zehn-Jahres-Vision hören, warum bist du in diesem Markt, was glaubst du, kann man da erreichen, was ist die big opportunity, so die big vision. Und dann ist das irgendwie ein Satz, der mir immer wieder kommt, wenn eben diese Frage kommt bei Investoren, ist eben, und meistens ist es sehr auf Englisch, we believe that in the next ten years billions of people and trillions of dollars will flow into this decentralized finance system called Bitcoin. Ah, DeFi, decentralized finance, wir rebranden das jetzt. Es wirkt halt auch immer gut bei den Investoren, DeFi. Es ist auch, es war ein anderer Tweet, den ich gemacht habe, there is, DeFi only exists on Bitcoin. Und sowas. Also Bitcoin ist eigentlich das einzige DeFi. DeFi is Bitcoin und Bitcoin is DeFi, there is no other DeFi. Okay, das ist gut. Also das heißt, du bist quasi auch aus deinen Investorengesprächen und so weiter vorbereitet auf die Frage, was passiert. Also sozusagen die Vision 2033. Was sind so die Dinge? Wo fangen wir aber an bei Bitcoin? Also wenn du sagst, es werden Milliarden hineinströmen, Trillionen hineinströmen, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist das, was man natürlich erwarten sollte von jemandem, der will, dass man bei ihm Bitcoin kauft. Kannst du das untermauern? Ja, ich glaube halt einfach, wo man anfangen soll, ist eben eine gute Frage. Und ich finde, man sollte immer als Unternehmer und allgemein aber auch, sollte man immer bei einem Problem anfangen. Viele Leute, und das ist immer noch so, so im Bitcoin-Crypto-Zirkus, man will irgendwie den Leuten eine Lösung in den Rachen hineinstopfen. Aber die Leute, die meisten Leute verstehen das Problem gar nicht. Und wo man eben anfangen soll, um zu erklären, wo wir 2033 landen und warum eben so viele Leute und so viel Geld in diesen Space reinfliesst, ist das Problem. Und das Problem meiner Meinung nach, und wahrscheinlich auch deiner Meinung nach, ist das traditionelle Finanzsystem, das mittlerweile am Bröckeln, andere sagen sogar am Kollabieren, ist. Und ich glaube einfach, viele Leute und eben viel Geld werden in den nächsten zehn Jahren merken, dass es schwierig bis unmöglich ist, zu sparen in diesem traditionellen Finanzsystem mit Banken, mit Fiat-Geld, das von Zentralbanken und Regierungen weginflationiert wird. Mehr und mehr Leute verstehen das schon jetzt, verglichen noch vor drei, vier Jahren, glaube ich, mit den höheren Inflationsraten eben im Euro-Raum, im US-Raum und so weiter. Und wenn man die jüngeren Generationen befragt, also Service zum Beispiel über Millennials, das finde ich auch immer sehr spannend, die nächsten Generationen sind wegweisend für die Adoption einer neuen Technologie wie Bitcoin. Und Millennials und Gen Z, also die jüngeren, alle 35 und jünger, die jetzt schon die grössten, Millennials sind jetzt schon die grösste Konsumentengruppe der Welt und in den nächsten zehn Jahren werden es die grössten Investoren der Welt sein. Also es werden die Leute sein, die Geld kontrollieren, weil sie Geld verdienen, unternehmerische wirtschaften, vererben oder kontrollieren über irgendwelche Unternehmen, die sie führen. Also ich glaube, alleine in Amerika werden die Babyboomer ihren Kindern, also den Millennials, 30 Trillions, das sind Billionen auf Deutsch, das sind also 30.000 Milliarden vererben. Unglaublich. Relativ viel Geld. Genau. Weiß ich jetzt nicht, ob das in den nächsten zehn, zwanzig Jahren passiert, aber genau. Ich glaube, ganz generell, aber ja, also das meiste wird in den nächsten zwanzig Jahren passieren, sonst sind das schon sehr alte Boomer. Also festzuhalten ist, dass super viel Geld fließt in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren in die Hände von Millennials und wenn man jetzt die befragt, dann drei von vier Personen, die eben im Millennialalter sind, sagen, sie haben schon jetzt oder wollen in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Bitcoin investieren. In Bitcoin oder Krypto? Ja, es gibt verschiedene Studien. In den Umfragen geht es meistens über nach Krypto. Wahrscheinlich nach Krypto, aber dann auch in die 80 Prozent der Millennials werden dann, also sagen sie investieren in Krypto, meinen aber Bitcoin und Krypto. Ja, außerdem, also ich meine, es gibt die Anzahl derer, die dann wirklich gar kein Bitcoin kaufen. Richtig, das ist verschwindend geregt. Ja, das ist verschwindend geregt. Also zumindest in ihrem Krypto-Portfolio haben sie sicher einen grossen Teil Bitcoin, vielleicht einen Teil Bitcoin only, aber zumindest sehr, sehr viel Geld wird somit in den nächsten zehn Jahren schon allein über diese jüngeren Generationen in Bitcoin fliessen, weil die sind quasi, heute spricht man von Digital Natives und die Millennials oder vor allem dann Gen Z sind quasi dann Bitcoin Natives. Also die verstehen einfach digitales Gold, digitale Assets allgemein schon vom Gaming her und so weiter, die verstehen, warum ein digitaler Rohstoff eben einen Wert hat und warum es irrational wäre, da nicht zumindest ein bis zehn Prozent seines Portfolios darin zu investieren. Und dass dieser digitale Rohstoff für den Wertspeicher nur Bitcoin sein kann, da sind wir uns ja einig. Ja, wir zwei sind uns einig. Wir zwei sind uns einig. Ihr macht ja, bekommt ihr von den Investoren immer noch die Frage, warum ihr nicht hier den Token da, Ethereum, Solana, Solana wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Ja, doch. Du, es gibt halt verschiedene Arten von Investoren. Wir sprechen oder ich spreche mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten gefühlt Investoren. Das sind Angel Investors, das sind vor allem aber Venture Capitalists. Und Venture Capitalists, VC-Fonds, die spezialisieren sich oder sind generalistisch. Also generalistische, die investieren einfach in Technologiefirmen, broad. Und dann gibt es auch FinTech-VCs zum Beispiel. Es gibt Crypto-VCs und es gibt Bitcoin-Only-VCs. Das sind so die Subsets dann, die für uns interessant sind. Wir haben mittlerweile von fast allen, all denen eigentlich keinen Crypto-VCs. Aber sonst, so General-Tech-VCs, FinTech-VCs und vor allem Bitcoin-Only-VCs haben wir alles im Cap-Table. Und je nachdem, mit wem du sprichst, kommt natürlich jemand die Frage, so hey, ja, das funktioniert ja jetzt mega gut, ich habe super Wachstumszahlen mit Bitcoin-Only, aber da gibt es ja noch 20'000 andere Kryptowährungen. Kannst du dir vorstellen, wie viel Volumen und viel Umsatz du damit machen kannst? Dann musst du ja unbedingt alle, zumindest die Top-20 kommt, oder die Top-10 musst du unbedingt auch anbieten und so weiter. Ja, und da merken wir dann halt aber, dass es üblicherweise nicht ein guter Match ist, weil wir einfach nicht dieselbe Vision der Zukunft haben. Hat sich das verändert in den letzten Monaten durch die ganzen FTX, Solana, Celsius, Schieß-mich-tot-Geschichten, also wo auch diese, also zumindest im Kryptosektor sehr viel geredet wurde über die Unterscheidung zwischen Bitcoin und allem anderen? Das ist sicher mal ein guter Trend, eine gute Entwicklung, dass eben wirklich gesprochen wird von Bitcoin und Krypto. Also so langsam auch die Krypto-VCs, gut, die haben das eigentlich immer verstanden, aber die sehen die Zukunft einfach als Multi-Chain-Zukunft, aber auch die, vor allem die generellen VCs, die sich nicht wirklich in der Tiefe mit Bitcoin und Krypto und Blockchain und so weiter und Web3 befasst haben, die merken jetzt langsam, okay, es scheint da einen Unterschied zu geben irgendwie, aber die schauen sich das halt dann nicht wirklich im Detail an. Was tatsächlich eher passiert, leider, ist, dass viele VCs jetzt einfach vom ganzen Kryptomarkt abgeschreckt sind, inklusive Bitcoin. Und auch natürlich das Geld generell irgendwie dries out, ja, austrocknet, weil die Zinsen steigen und dann greifst du das erst recht nicht an, aber das sind ja auch ganz normale... Das ist unglaublich, ja. Aber das sind ja ganz normale Schweinezüge, oder? Also dieselben VCs, die jetzt sagen, das greife ich auf gar keinen Fall mehr an, bekommen sofort FOMO, wenn es wieder rauf geht und der Nachbar-VC hat jetzt wieder ein neues Krypto-Projekt genommen. Also auch VCs machen im Grunde dieselben emotionalen Fehler wie ein Kleinanleger. Absolut, noch fast potenziert eigentlich. Also das ist wirklich unglaublich, wie zyklisch und wie Trend- und Hype-orientiert die VCs sind. Ich meine, wenn man sieht, wie jetzt der Andreas Norowitz, A16Z, einfach Milliardenfonds geraced hat und allocated hat und noch dutzende Milliarden damit gemacht hat, eben wirklich nur mit diesen Hypes oder mit diesen Altcoin-Hypes, also ICO-Hypes, Altcoin-Hypes und vor allem auch eben DeFi-Hypes und NFT-Hypes und all diese Scheisse, die haben super viel Geld damit gemacht. Und jetzt sieht man viele so Krypto-VCs, die dann plötzlich jetzt mehr auf Web3 und dann plötzlich, weil sie merken, dass da auch nicht viel Hype mehr rum ist, gehen sie jetzt viel auf AI und so GDPT und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr trendorientiert. Was ich aber langfristig jetzt, also langfristig, solange ich jetzt etwas in diesem VC-Markt unterwegs bin, ungefähr knapp drei Jahre mit Relate, was ich gemerkt habe, ist, dass wirklich so Bitcoin-only VCs sind ein mega positiver, guter Trend. Ja. Als ich da angefangen habe, gab es wahrscheinlich ein, zwei relevante Bitcoin-only VCs, jetzt gibt es ein, zwei Dutzend, die mir bekannt sind. Innerhalb von drei Jahren, ich meine, das ist schon faszinierend. Mega. Also wirklich, und auch traditionelle, generalistische Tech-Fonds, die plötzlich, die haben ja mehrere Fonds dann, also NVC hat üblicherweise raised so ein, zwei Fonds pro Jahr sogar, grössere, so grössere, sage ich so, eine Milliarde Asset on the Management und die haben dann so Sub-Fonds, also einen Fonds vielleicht für MedTech, einen für FoodTech und so weiter, einen für Fintech und es gibt jetzt einige davon, die wirklich auch einen nur für Bitcoin, also so irgendwie ein Fonds zwischen 10 und 100 Millionen, das nur in Bitcoin und Lightning Cases fliesst und das finde ich super stark. Es gibt mir auch sehr, sehr viel Zuversicht eben für die Zukunft. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, da auch wirklich auf den Narrativ zu achten, weil es gab, es gibt immer noch auch diesen Trend, dass oft einfach, Bitcoin hat so ein bisschen ein Schmuddel-Image, immer noch. Ich bin da total, ist mir völlig egal, das ist eh positiv, ja, weil das, aber es hat dieses, dieses, gerade wenn man, und viele VCs werden ja auch gar keine Experten sein, ja, und gerade wenn du quasi nur schaust, was sind so die Hype-Themen, was sind so die spannenden Themen, springst du gerne, auch als Kleinanleger, so landest du ja dann bei Shitcoins, sprichst du gerne quasi über den ersten drüber, denkst dir, na, das ist abgefrühstückt, ja, und Bitcoin bekommt ja auch die ganze negative Presse. Es gibt ja keinen, ich weiß nicht, ob jemals schon eine Notenbank irgendwas zu Ethereum gesagt hat oder sicher nicht zu Katano, ja. Also, die ganze Aufmerksamkeit, die ganze negative Aufmerksamkeit liegt auf Bitcoin und deswegen gehst du dann gerne mal drüber hinweg und sagst dir, ah, wir machen hier Krypto und nimmst so Bitcoin ein bisschen am Rande mit. Das scheint sich aber derzeit wirklich nicht herauszustellen, weil wie du, das ist wichtig, du hast am Anfang gesagt, es geht um Probleme lösen. Unternehmertum ist immer Probleme für andere lösen, ja. Und das eine ist die Technologie, Blockchain, was auch immer, schieß mich tot, Bananen auf der Blockchain, du darfst nur noch Bananen von der Blockchain essen, weil sonst sind es keine guten Bananen so, ja, aber es funktioniert halt nicht, weil du versuchst, aber gehen wir zurück, also für wen ist Bitcoin die Lösung, wo siehst du das Wachstumspotenzial bei den Nutzern, woher kommt diese erste Milliarde, woher kommt die erste Milliarde Bitcoin-Nutzer, weil derzeit sind wir bei 100 Millionen vielleicht. Ja, ja, genau. Ich glaube schon, dass halt vor allem zumindest in diesem Entwicklungsstadium, wir sind immer noch im, also es ist ja Sound Money, gutes Geld, das sich entwickelt, oder? Und das hat üblicherweise drei Entwicklungsstadien und wir sind aktuell mit Bitcoin immer noch im Entwicklungsstadium eins. Und eins ist eben Store of Value, zwei ist dann Medium of Exchange und drei ist Unit of Account. Also am Anfang muss es ja mal eben den Wert wirklich speichern und langfristig idealerweise an Kaufkraft gewinnen oder stabil sein und nicht verlieren, damit es dann eben als Minimum of Exchange, also als Tauschwährung, Tauscheinheit benutzt werden kann, wenn man auch Dinge damit bezahlt und ich dir Wert übermittle. Und dann last but not least eben als Unit of Account, als Recheneinheit, dann wirklich auch Preise damit angeschrieben sind und dann eben nicht mehr Wert in US-Dollar oder Euro, sondern in Bitcoin. In Satz eher, ne? Ja, in Satz wahrscheinlich dann, genau. In Satoshi ist also der Untereinheit von Bitcoin, die, gut, du sagst, Sound Money, das sind sozusagen die drei Stadien und es ist logisch vollkommen nachvollziehbar, es ist übrigens etwas, das viele Kritiker, aber auch viele Bitcoiner so nicht sehen wollen, also dass es dann doch länger dauert, dass du erstmal dieses Store of Value aufbauen musst. Super lange. Jahrzehnte. Bitte? Ja, genau. Jahrzehnte, ja. Und auch in der Bitcoin, also wo stehen wir dann 2033? Also okay, anders gesagt, bis 2033 werden wir noch nicht bei Unit of Account sein, sicher nicht. Wir werden wahrscheinlich immer noch am Weg vom Store of Value sein, vielleicht schon ein bisschen Medium of Exchange, aber das hängt in meinen Augen eher davon ab, was die Staaten zulassen, beziehungsweise wie stark sich auch die, sag ich jetzt mal, informelle Internetwirtschaft entwickelt. Ja. Aber wir sind in zehn Jahren in Wahrheit noch immer bei der Suche nach Store of Value. Absolut. Gut, ich glaube, diese Billions of People and Trillions of Dollars und wie du auch gesagt hast, die erste Milliarde der Menschen werden reinkommen für den Digital Gold, den Digital Store of Value Ansatz, also einfach Wert speichern. Und dann glaube ich auch, dass eben die meisten von Ländern kommen, wie afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern, südamerikanischen Ländern, die selbst eben eine Währung haben, die nicht sound ist. Also die Miss-Management mit den Währungen haben, die Hyperinflation haben, die merken natürlich als Ersten, das sieht man ja auch in den Adoption Rates, in den Statistiken, dass Länder wie Nigeria, wie Zimbabwe und vor allem eben auch Südamerika wie El Salvador, Argentinien und so weiter, die wirklich schlechte Währungen haben, die zum Teil 100% plus Inflationszahlen haben, dass die jetzt einen Store of Value, die eben nur in Anführungszeichen im zweistelligen Bereich fluktuiert und nicht im dreistelligen und viel zugänglicher ist als zum Beispiel US-Dollar, also eine weitere Währung von einem anderen Land, dass das eben wirklich ein Problem löst. Und zwar Wert von heute auf morgen sparen, sichern. Weil in Argentinien zum Beispiel gibt es ganz viele Cases, da erhalten die Familien oder die Leute, die halt arbeiten, die erhalten ihren Lohn einmal die Woche und sobald sie den Lohn erhalten, gehen sie direkt, bevor sie die Kinder von der Schule abholen, gehen sie direkt in den Supermarkt, um so viel zu kaufen wie möglich, um Essen für eine ganze Woche zu kaufen, weil sie genau wissen, einen Tag später hat es wieder weniger Wert. Also kostet es wieder mehr, das Geld hat weniger Wert und für diese Leute ist eben Store of Value nicht eine Selbstständigkeit, wie zum Beispiel bei uns in der Schweiz. Wir merken das fast nicht, weil die Inflation in Anführungszeichen nur 3,5% ist. Also wir verlieren auch innerhalb von 10, 20 Jahren, verlieren wir die Hälfte des Werts unseres Geldes, aber wir merken es halt nicht Tag für Tag. Die südamerikanischen Länder zum Beispiel, die merken das halt wirklich sehr, sehr stark und deshalb sehen die wahrscheinlich den Wert einer solchen digitalen Wertspeicherungsmethode als Erster. Ich würde das gerne challengen. Also stimmt das mit der Inflation, dass ihr seid im Westen inzwischen die einzigen, die Schweizer, die sich von ihm schützen konnten, aber... Einigermaßen. Naja, einigermaßen. Ich meine, wir haben zweistellige Inflationen. Ich habe ja in Argentinien gelebt und habe dort gelernt, wie das ist, wenn man, wenn irgendwie auf dem Menu im Restaurant die Preise einfach steigen, indem es ausgestrichen wird und neu hinzugeschrieben werden. Und das ist mir in Wien auch schon passiert jetzt inzwischen. Echt? Ja, ja, ja. Habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Weil einfach der Wirt sich gedacht hat, er hat keine Lust, neue zu drucken, hat es einfach durchgestrichen und daneben den neuen Preis geschrieben. Und das ist schon interessant, das zu sehen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Grundsätzlich, die Theorie kann ich nachvollziehen, dass es die Afrikaner, die Asiaten und die Südamerikaner sein werden, die es eher adoptieren. Aber, das sieht man jetzt schon, zumindest in dieser Zwischenphase greifen die eher zu Stablecoins. Weil du gesagt hast, die haben keinen Zugang zu Dollar. Das stimmt nicht. Die haben schon Zugang. Also sie haben Zugang zu Dollar-Derivaten. Die sind natürlich risikobehaftet. Und wenn du dein Geld in US-DT, Terra gespeichert hast. Das ist jetzt futsch. Die reicheren, sage ich mal, Zweite-Welt-Länder, wenn man das noch so nennen darf heutzutage, wie Argentinien, was doch noch relativ Wohlstand, also doch noch eine gute Mittelschicht hat eigentlich. Da haben dann alle schon Dollar-Konten. Alles über 1000 Dollar wird sowieso in Dollar abgehandelt. Aber wir, mit dem Euro, wir mit dem Dollar und ultimativ auch mit dem Franken, wir haben keine Stablecoin, die wir flüchten können, wenn unsere Währungen mal unter Druck geraten. Weil, wo sollen wir hingehen? Wir können nur in Bitcoin oder Gold oder halt noch in den Franken. Aber wir haben keine Stablecoin. Außer der Euro wird so stark inflationiert, dass wir jetzt in irgendwelche Dollar-Stablecoins gehen. Okay. Weißt du, was ich meine? Und wir haben natürlich mehr Kapital, also was jetzt die Anlage betrifft. Sind diese Trillions von Geld, die da reinfließen, reden wir da eigentlich von Kleinanlegern oder reden wir da von Großanlegern oder redest du eigentlich von wie sie Geld, das quasi in die Branche fließt? Alle drei. Aber ich, ja, nein, vor allem schon die ersten beiden. Also Retail-Investors bis hin zu Institutional-Investors. Also wir zum Beispiel bei Relay haben ja eigentlich vier Kundensegmente, wenn du so willst. Und das sind eigentlich zwei grosse, individuelle und dann Firmen. Und bei den individuellen halt kleine, die 10, 20 Euro pro Woche stacken, stack sets, oder? In die Retail-Investors. Dann etwas grössere, so mittelständische, die vielleicht mal 1.000, 2.000, 5.000 Euro investieren. Das sind die sogenannten Affluent. Und dann das Private-Kundensegment, das dann wirklich die großen Beträge, die sechsstelligen Beträge oder sogar siebenstellig in den Millionenbereich in Bitcoin investieren. Das sind so High-Net-Worth-Individuals. Merkt ihr da Bewegungen? Ganz kurz. Also in der Schweiz gibt es ja das eine oder andere High-Net-Worth-Individual. Ist es so, dass derzeit im Bärenmarkt das Interesse da ist? Auch, ja. Etwas weniger, aber auch. Also es gibt immer mehr Bitcoiner. Das ist einfach egal, ob Bullenmarkt oder... Es gibt immer mehr Bitcoiner, die dann wieder andere Orange-Pillen. Und da sehen wir ganz spannende Entwicklungen. Nehmen zum Beispiel Retail-Investors, die dann einen reichen Onkel haben, den Orange-Pillen. Und der kommt dann bei uns in grössere Beträge kaufen oder Bitcoiner, die nicht so viel Geld haben, aber dann eben Geld erben, plötzlich eine halbe Million erben oder ein Haus verkaufen oder whatever und dann plötzlich eine Million auf dem Konto haben. Die sind halt Bitcoiner, die haben das verstanden. Langfristig, ja, ich brauche dieses Geld fünf Jahre, zehn Jahre nicht. Wo mache ich das hin? Ich investiere es in Bitcoin. Also das haben wir immer, immer wieder. Und das glaube ich eben, dass einerseits von diesen individuellen Investoren, aber eben auch die Institutionals, und da rede ich jetzt nicht nur so von Hedgefonds und Family Offices und grossen Investoren, oder Corporates, wie im MicroStrategy und so weiter, wo Tesla, die ja auch in Bitcoin investieren, die grossen Unternehmen. Aber ich rede eben auch von den 25 Millionen KMUs, kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa, die zu einem Teil, auch fünf bis zehn Prozent, von Bitcoin an den Preis geführt werden. Und eben, wie gesagt, es gibt immer mehr Bitcoiner, es gibt es bei all diesen Kundensegmenten und Investorensegmenten immer mehr Bitcoiner. Und die kriegen Kinder und es werden dann auch Bitcoiner und so weiter. Blöd gesagt. Also, wenn jemand orange pilt ist, dann gibt es eigentlich fast keinen Weg zurück. Es gibt eigentlich keine Leiter vom Rabbit Hole wieder hoch. Und deshalb glaube ich eben, dass diese Bewegung, die wächst immer mehr. Die orange Bevölkerung, die wächst immer mehr. Und das zeigt sich eben sowohl bei kleinen privaten Investoren, als auch bis zu bei den grossen privaten und institutionellen Investoren, wie eben Firmen, dass da immer mehr Geld dann in Bitcoin fliesst. Macht ihr sowas wie eine anonymisierte Datenausweitung? Wie viele Kunden habt ihr? Erzählst du mir das? Ja, klar. Wir haben ungefähr 170.000 Updownloads jetzt in 40 europäischen Ländern, vor allem im deutschsprachigen Raum und ungefähr 45.000 aktive Kunden, die wirklich auch schon bei uns Bitcoin gekauft oder verkauft haben. Die meisten 90 Prozent kaufen. Kann man da Trends beobachten im Sinne von, gibt es sowas wie verstärkte Nachfrage eben auch insgesamt im Bärenmarkt oder geht es eher runter oder gibt es, ich weiß nicht, vielleicht bei diesen Dingen fische ich immer noch ein bisschen, weil ich weiß nicht genau, was hier alles erhebt. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, wir haben viel mehr Aktivität, wenn der Markt in einem Hype-Cycle ist, also FOMO, da haben wir die meisten Neukunden das meiste Volumen. Zweitmeisten, wenn der Markt runter geht, also drastisch runter geht, eben wie wir jetzt gesehen haben, von 30.000 auf 20.000 oder von 20.000 auf kurzzeitig 14.000 runter und so weiter, da sind dann die Hardcore Bitcoiners oder auch Neu, also Hardcore Bitcoiners, die nachkaufen, also Cheap Sets, aber dann bei der Dip, aber auch neue Kunden, die sagen, okay, jetzt endlich ist der Preis etwas günstig, jetzt gehe ich rein, aber dann eher auch spekulativ. Gut, die Hardcore Bitcoiners kaufen jetzt den Dip, seitdem wir von 69.000 auf 68.000 getippt sind. Genau, ist doch geil. Da kann jetzt jeder zuhören, ja? Ja, ist doch geil. Je länger... Die Tippetitipp, ja, ja, ja. Genau, je länger, desto besser, oder? Naja. Und dann, das Schlechteste für uns eigentlich, also wo wir am wenigsten Aktivität sind bei den Kunden, ist einfach, wenn der Preis stabil bleibt, wie zum Beispiel jetzt, oder? Jetzt ist der längere Zeit, so um die 15.000 bis 17.000. Ja, da tut sich dann nicht extrem viel und das merken wir. Wenn es um Segmente geht, da eben tatsächlich die Millennials, also von 20 bis 35-Jährigen sind am aktivsten bei uns und dann je älter, desto weniger. Das ist wirklich sehr klassisch. Das ist klar. Und jünger hat man auch nicht viel Geld, das darf man nicht vergessen. Also wenn du gerade die... Es gibt ja viele sehr aktive, wirklich sehr junge Bitcoiner, so um die 20, zwischen 20 und 25, die dann vor allem auch im Space auch arbeiten, ja, Content produzieren und so weiter, weil natürlich, du musst auch erst ein bisschen Geld verdienen, bevor du das investieren kannst, ja. Was auch noch wichtig ist zu sagen, vielleicht ist, dass, wenn man vergleicht mit dem Cryptospace, also jetzt wir als Bitcoin-only-Company, wir hatten Ende des letzten... Das Q4 letztes Jahr war unser bestes Jahr, äh, unser bestes Quartal, was Volumen und Umsätze anging. Also es wurde tatsächlich am meisten gekauft. Trotzdem, dass eben der Markt, dass FTX passiert ist, dass die wirklich eben Bärenmarkt, wie du vorhin gesagt hast, wirklich eigentlich die Vorzeichen stehen sehr, sehr schlecht und trotzdem sind wir ziemlich stark gewachsen, was man von allen anderen Crypto, so Shitcoin-Casinos überhaupt nicht sagen kann. Also alle Crypto-Exchanges, inklusive den grossen wie Coinbase, Kraken, Bitpanda hier in Europa haben 30 Prozent, im Schnitt 30 Prozent Stellen abgebaut, also hunderte von Mitarbeitern entlassen und hatten Volumeneinbrüche im 60, 70 Prozent, also plus 50 Prozent Bereich. Es ist eigentlich wirklich krass. Also Crypto-Volumen ist zusammengebrochen, Bitcoin-only-Companies und das weiss ich auch von anderen im Space sind gewachsen. Das ist wirklich spannend zu sehen. Ja, weil es ist ja nicht so, dass irgendwie eine Bitcoin-only-Companie irgendwie Insolvenz anmelden musste oder so. Also ich habe bis jetzt keine negativen News gehört. Nuri hat sich verabschiedet, weil sie irgendwie offenbar zu viel Geld an Celsius ausgeliehen hatten und andere mussten stark abbauen. Bitcoin-only ist das nicht passiert. Und das ist natürlich das Beste. Darauf sollten dann auch die Investoren anspringen. Das ist natürlich genau eine zentrale Slide im Pitch-Tech, wenn ich mit Investoren spreche, mit VCs spreche, ist die Grafik, die unsere Quartalen-Umsätze zeigt. Die letzten sechs Quartale bis auf das Q3 letztes Jahr war alles im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Und gleichzeitig zeige ich den Bitcoin-Kurs von 60.000 eben auf 17.000, 16.000. Also es ist wirklich diametral, sagen wir das so. Einfach, es ist wie ein Kreuz. Also das eine geht hoch, unsere Umsätze gehen hoch, während dem eigentlich der Markt zusammenbricht. Und das ist ja wirklich die spannendste Aussage, die du machen kannst oder die vielversprechende gegenüber einem VC. Dann denkt er sich, bei VCs geht es immer um Fantasie. Das ist eine riesen Wachstumsfantasie. Deshalb eben auch diese 10-Jahres-Visionen, Billions und Trillions, die wollen diese Zahlen sehen. Und dann kann es wirklich zeigen, diese Fantasie anregen, hey, wenn wir schon im Bärenmarkt, wo es andere Start-ups komplett verbrennt und so weiter, wenn wir schon da so gute Wachstumszahlen haben, dann stell dir mal vor, wenn 2024 wird und es kommt ein Halving und es kommen wieder Zinssenkungen und so weiter und der Markt kommt wieder zurück. Der nächste Bullenmarkt, stell dir vor, da sind wir die großen Gewinner. Weil, und das ist wichtig, du hast das vorher nämlich ganz am Anfang gesagt, ja, und wenn wir auch zurückkommen zu der Frage der Problemlösung durch Bitcoin. Du hast von Sparern gesprochen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben in unseren, in den letzten Jahrzehnten, der Begriff von Sparen und Investieren ist verwaschen worden. Ja. Und für mich sind aber Sparer und Investoren zwei unterschiedliche Klassen. Die meisten Menschen, neun von zehn, sind Sparer. Ja. Wir werden aufgrund des Geldsystems dazu gezwungen, auszuweichen auf Behilfsmittel, zum Beispiel ETFs. Ich bin ein großer Fan von ETFs, wir können uns endlos darüber unterhalten, wie toll Jack Bogle das gemacht hat mit Indexfonds. Aber es gibt auch, es ist kein Zufall, dass Vanguard, die Erfinder des Indexfonds, 1974 an den Start gegangen sind, drei Jahre nach Ende des Goldstandards. Als die richtig große Inflationierung begonnen hat. Und was hast du noch? Du hast das klassische Betongold, Real Estate, das ist das, was die meisten Menschen nutzen, um zu sparen eigentlich heutzutage. Ist aber auch nicht unheikel. Beziehungsweise gerade für die Generation, die du besprochen hast, zu der du ja fast noch gehörst, nicht Generation Z oder so. Nein, aber Millennial. Millennial, ja. Ich bin der erste Jahrgang Millennial, darf ich mich dazuzählen. 1983, habe ich auf Wikipedia mal nachgelesen. Und Wikipedia, wissen wir, ist die verlässlichste, beste Quelle aller Zeiten. Diese Generation geht ja auch auf mehreren Gründen gar nicht mehr so stark von Real Estate aus. Auch weil, wenn man vielleicht nicht davon ausgeht, dass man sein ganzes Leben in einem Ort bleibt. Okay, long story short. Und dann gibt es noch Gold. Und das war es dann eigentlich schon. Und du solltest ja eigentlich von Sparern, sollte man natürlich, von solchen Leuten, das HODL ist quasi die moderne Version, sollte man eigentlich erwarten, dass sie natürlich bei fallenen Kundenkursen eher nachkaufen. Genau. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Genau. Also das, von Leuten, die Bitcoin verstanden haben, sehen wir genau das. Und deshalb, das ist eben auch ein grosser Grund, glaube ich, weil das sind ja genau diese Leute, die auch Bitcoin-only On-Ramps benutzen und eben vorziehen bei Kraken und Bitpanda und Bitfinex und Binance und all diesen Shitcoin-Casinos. Und deshalb glaube ich, dass eben diese Bitcoin-only Startups jetzt florieren, währenddem das die Krypto-Startups nach unten zeigen, weil die anderen sind Spekulanten. Oder du kannst entweder spekulieren und dann magst du Kryptos auf FTX und anderen Exchanges kaufen oder du wirst eben ein Sparer sein, hast Bitcoin als Spartechnologie verstanden und dann möchtest du eben Bitcoin-only benutzen, bist du auch bereit, da etwas dafür zu bezahlen in fees und deshalb geht es diesen entsprechend gut. Man muss natürlich auch sagen, wenn der Hype wieder kommt und es wird der nächste Hype kommen, das nächste grosse Versprechen von irgendwelchen Krypto-Visionären, das wird kommen und es wird wieder Hypes geben und dann wird der ganze Markt wieder hoch, Bitcoin auch und gleichzeitig wird es aber wieder die Zeit sein, in der Krypto-Exchanges, Krypto-On-Ramps viel besser eigentlich performen und wieder viel mehr VC-Capital auch da rein fliesst und Bitcoin wird dann wieder eher, Bitcoin-Companies auch, werden dann wieder eher konservativ performen, aber deshalb aber auch langfristig. Konservativ ist, es ist ja konservativ. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes konservativ, weil du willst ja quasi deine Kaufkraft konservieren. Ja, genau. Das ist ja die Idee dahinter und konservativ klingt so negativ behaftet, vielleicht in der Schweiz nicht. Ich meine, man darf eins nicht vergessen, ich weiß nicht, ob das den Landsleuten so klar ist, aber Bitcoin ist nicht nur eine Bedrohung jetzt, sage ich mal, für den Euro oder den Dollar, sondern vor allem für das Geschäftsmodell Schweiz. Also die, es hat, Obama hat das gesagt, nicht? Wir wollen ja nicht, dass Leute mit einem Schweizer Bankkonto in der Hosentasche rumlaufen, denke ich mir, ja warum wollen wir das nicht? Du hast natürlich 15, aber ich nicht. Ja, ja. Ja, die grösste Gefahr, glaube ich, für Bitcoin ist ja, dass das traditionelle Finanzsystem eben wieder zu funktionieren beginnt, für Sparer. Ja, das sind wir wieder beim Problem und beim Lösung, wenn es kein Problem gäbe, dass Bitcoin lösen würde, wenn es eben den Goldstandard noch geben würde zum Beispiel und nicht die Fiat-Gehälter der Leute einfach weginflationiert würden in den letzten Dekaden und eben Sparer zu Spekulanten gemacht werden, unfreiwillig, weil die müssen jetzt in den Aktienmarkt investieren und im Immobilienmarkt und im Anleihenmarkt, obwohl sie keine Ahnung haben. Aber es steckt so viel, du hast vollkommen recht, aber es ist natürlich, weil so viel Geld da drinsteckt in diesen Asset-Klassen, ist das natürlich auch unfassbar. Die Interessen, die da dahinter stecken, ist ja, also... Die werden das nicht einfach zulassen, kampflos, dass Bitcoin übernimmt als Spartechnologie, das ist so. Deshalb ist es auch mega wichtig, dass das als Grassroot-Movement umgesetzt wird, weil top-down kann das nicht umgesetzt werden, sowas. Das muss bald mal abgeschehen, wie das Internet damals auch. Ich finde diese top-down, das ist so El Salvador, du hast es erwähnt und so, und da gibt es große Begeisterung von Bitcoinern, aber du kannst eigentlich nur verlieren vom Hype weg. Es kann schon sein, grundsätzlich, die grundsätzliche Idee, wenn ein Politiker, der die Macht hat, sagt, ich führe Bitcoin als Legal Tender ein, auch um in der Zukunft einfach dabei zu sein, weil ich davon ausgehe, dass es so, wie du sagst, sich entwickeln wird. Und das macht schon Sinn. Es ist nicht viel anders, als den Euro zu akzeptieren und dann seine Geldpolitik einfach auszulagern. Bisschen anders, aber nicht viel anders. Aber ich bin bei dir, dass es nicht top-down sein sollte und dass es in Wahrheit quasi die Herausforderungen, die gestellt werden, egal ob das Besteuerung ist, Regulatorik ist und so weiter. Bitcoin muss die überstehen als Grasroth-Bewegung. Also quasi alles, was es nicht killt, macht es nur stärker. Die Frage ist, wenn du sagst, du hast den Satz vorher nicht zu Ende gegeben, du hast gesagt, wenn es nicht ein Problem gäbe, dass Bitcoin löst, dann würde es Bitcoin eigentlich gar nicht geben. Dann wäre es zumindest nicht erfolgreich, oder? Dann würde es sich nicht seit zwölf Jahren einfach immer weiter oder 14 Jahren immer weiter verbreiten und sich in verschiedenen Ländern bei verschiedenen Kundengruppen quasi immer mehr etablieren. Dann gäbe es nicht heutzutage 100 Millionen oder mehr Adressen mit Bitcoin drauf, oder? Weil es scheint ein Problem zu lösen und wir sind auch noch im Prozess herauszufinden, welche Probleme alles. Es ist nicht nur das Sparproblem. Es ist nicht nur das Sparproblem. Damit fängt es an. Und deshalb glaube ich, das ist die erste Milliarde, aber dann die nächsten Milliarden wissen wir wahrscheinlich noch gar nicht genau, wo das hinführen kann, eben bis 33 oder auch 43 oder 53, weil schlussendlich ist dann einfach wirklich auch nicht nur das Asset als Sparmethode, sondern wirklich das Netzwerk. Teile davon sehen wir jetzt schon, Second Layer, Third Layer, was da alles möglich ist mit Lightning, ein Zahlungsnetzwerk, quasi ein dezentrales Bitcoin und Lightning sind auch die erste öffentliche Finanzinfrastruktur, was ja auch spannend ist. Alle anderen Finanzinfrastrukturen, die wir jetzt benutzen, sind privat, also somit auch Zensur, nicht zensurresistent und so weiter. Was sich da drauf dann alles entwickeln könnte noch mit eben Decentralized Finance, Smart Contracts, Web3, NFT. Web5. Ja genau, whatever. Alle diese Buzzwords, die jetzt vor allem krypto-orientiert sind und deshalb negativ konnotiert, glaube ich, haben definitiv Daseinsberechtigung, aber einfach nur auf einem Netzwerk macht das Sinn. Und das ist das dezentrale, globale, digitale Finanznetzwerk der Zukunft, eben Bitcoin. Also ich weiß, was du meinst. Ich möchte da jetzt auch nicht so sagen, ich möchte auch open-minded sein, keine Ahnung, NFTs und was auch immer. Aber es wird noch die Zukunft zeigen, was davon sozusagen wirklich seine Berechtigung hat, weil es ist einiges davon ist einfach schlicht und einfach nur Hype-Bullshit. Absolut. Nur um Geld damit zu verdienen. Absolut, das meiste. Heutzutage 99%. Aber auch die Konzepte meine ich. Also vielleicht, wer weiß, was es davon wirklich braucht. Ich verstehe schon grundsätzlich nur, wenn ich, nehmen wir das NFT aber nicht als Monkey-Abziehbild, sondern quasi als Technologie bei deinem Flugticket. Ja, okay. Mag schon sein, dass das was bringt. Ich meine, du bist jetzt hierher geflogen, oder? Hat auch funktioniert ohne NFT. So weiß ich jetzt auch nicht, ob es wirklich ein Problem löst, aber mag schon sein, dass es funktioniert. Aber was nicht passieren wird, ist, dass da quasi das, was jetzt impliziert wird, dass quasi durch die Einführung von Krypto-Assets alles mal zwei multipliziert wird. Also ich habe dann quasi, ich habe hier ein Glas Wasser und dann habe ich ein NFT von einem Glas Wasser oder ein Krypto-Asset und das ist dann genauso viel mehr, wie das Glas Wasser eigentlich. Weil das ist das, was immer impliziert wird. Du kaufst jetzt da rein, dann kannst du die, das ist natürlich Bullshit. Und bei Bitcoin wäre es nicht so, wenn du das auf Bitcoin Technologie, da läuft halt das Flugticket über diese Technologie, wenn es notwendig ist. Ich glaube das auch nicht, aber wenn es notwendig ist, das wäre jetzt ein Beispiel. Aber damit kannst du kein Geld verdienen, das will ich damit sagen. Ja, das sind alles Fragen, die sind noch absolut offen. Für mich ist ziemlich klar, wie die erste Milliarde in den Bitcoin-Space kommt und zwar mit diesem Versprechen eben Digital Gold Wert erhalten. Aber es ist in Wahrheit Spekulation. Also die Wahrheit ist, ich weiß was du meinst, aber die erste Milliarde an Nutzern werden immer noch 90% drinnen sein, because number go up. Und nicht weil sie sagen, da spare ich jetzt langfristig drin. Die 10% Hardcore-Bitcoin, die das schon lange machen, die werden das ihnen beibringen und dann bleiben mit jedem Halbzeit ein paar dabei, oder? Ja, genau. Aber wirklich zu einer Milliarde kommen wir schon dann quasi durch diese selbsterführende Prophezeiung von mehr Leuten, gleicher Supply, number go up. Und eigentlich das, was Saifedina Moos schön betitelt hat, diese eben Spartechnik, emerging store of value. Es ist ein Store of value, der quasi perfekt designt ist, der sich aber jetzt noch nicht durchgesetzt hat. Es ist eben emerging noch. Also es ist wie, ich glaube er sagt das auch in einem seiner Podcasts oder sogar im Buch, ist wie du jetzt auf einen Competitor von der Zentralbank setzen würdest. Das ist quasi ein Startup, das jetzt eine Disruption vorhat der Zentralbanken. Und du setzt darauf als Investor und das setzt sich dann wirklich durch. Dann hättest du das, wie du jetzt in Bitcoin investierst. Oder eben wie einen Ersatz zu Gold. Wenn du jetzt in das investierst, was das nächste Gold sein werden könnte. Könnte auch was anderes sein. Es könnte auch sein, dass es fehlt immer noch. Wir sind immer noch sehr, sehr früh. Also es hat eben, das ist auch das Spannende an Bitcoin, es ist irgendwas zwischen digitales Gold und Spartechnologie und einem Startup. Weil es sehen wie beides. Also eigentlich ist es auch kein Startup, es ist ein neues Protokoll. Also es ist wie ein neues Internet. Der Startup-Gedanke ist quasi, ich verstehe was du meinst, aber es gibt halt, es gibt kein Pitchtag, es gibt nur das White Paper. Genau. Es gibt kein CEO, es gibt keine VCs dahinter. Es ist einfach... Genau. Und ich glaube auch, dass wir sozusagen gerne dem Fehler anheimfallen, dann weil es auch so... Also generell, der Mensch übertreibt quasi immer die nahe Zukunft. Also er hofft sich viel zu viel in der nahen Zukunft und erwartet sich aber viel zu wenig in der etwas ferneren Zukunft. Deswegen wollte ich über zehn Jahre reden. Also wahrscheinlich viele von den Dingen, über die wir heute oder vielleicht sogar noch im nächsten Bullmarkt reden, werden erst dann in zehn Jahren überhaupt auftauchen. Absolut. Glaubst du an Bitcoin als Zahlungsmittel? Also wenn wir dann quasi, also wir haben ja das Leitendetwerk, es funktioniert ja wunderbar. Also technisch funktioniert es ja. Absolut. Eben, wie gesagt, ich glaube wirklich an dieses Narrative, dass in den nächsten vielleicht sogar halt 50 Jahren Bitcoin vom Store of Value zum Medium of Exchange, zum Unit of Account wird und sogar zur globalen Reservewährung wird. Das ist für mich eigentlich das einzig Rationale, auch ähnlich wie eben Saifredina Musi im Buch beschreibt. Und ich glaube eben, dass wir jetzt in dieser Store of Value sind, wenn wir die mal haben, also wenn Bitcoin mal im Wert weniger spekulativ und mehr rational, also eher stabiler ist, weniger volatil ist, dass sich dann das auch zum Zahlungsmittel durchsetzen wird. Nicht unbedingt getrieben durch die Leute wie du und ich, die damit unbedingt bezahlen wollen, weil für uns funktioniert eigentlich eine Kreditkarte relativ gut. Für uns, die banked sind, also die unbanked Leute in vielen Ländern, die haben natürlich dadurch einen Wert, aber das wird dann auch eher wahrscheinlich getrieben durch, dass das Individuen halt Bitcoin haben und mehr und mehr die Läden, die Geschäfte, das inzentivieren, dass Leute damit bezahlen, weil sie eigentlich dann sparen, weil sie dann diese eineinhalb bis drei Prozent an Gebühren sparen. Das ist für viele, das ist auch, weil viele Geschäfte jetzt, das ist der Grund, warum viele Geschäfte jetzt Bargeld eigentlich präferieren, aber das wird ja auch wegrationalisiert von den Regierungen. Also ich glaube, diese zweite Phase wird dann eher von Businesses betrieben. Das mit Bargeld ist auch so eines meiner Lieblingsthemen, wo ich auch glaube, also viele, ich glaube, das Bargeld auch wichtig ist, um die Bedeutung von Bitcoin vielen zu erklären, gerade in älteren Semestern. Da geht es dann gar nicht so sehr ums Sparen und ums Anlegen, sondern eher um dieses, 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 ich habe was in der Hand Ding, ja, dass das bei Bitcoin halt schwierig zu verkaufen ist, weil man muss es, man muss es, diesen digitalen Gedanken, du hast eben nichts in der Hand, literally. Aber es ist digitales Bargeld. It's an electronic peer-to-peer Cash-System. Es ist digitales Bargeld, viel mehr noch als ein digitaler Euro es jemals sein kann. Also das ist jetzt schon fix, weil sie ja jetzt schon gesagt haben, welche Einschränkungen sie planen für das. Also es wird kein digitales Bargeld geben in dem Sinn, wie wir es heute kennen. Und deswegen kann Bitcoin das, glaube ich, gut ersetzen. Und da ist dann die Frage, okay, dann habe ich das Lightning Network oder vielleicht auch andere Technologien, die das Zahlungsmittel ermöglichen. Also das heißt, du glaubst, und das glaube ich nämlich auch, dass über den Druck auch aus der Wirtschaft Bitcoin sich dann stärker durchsetzen wird. Weil natürlich will ich mir die 3% sparen. Also ja, die Kreditkarte funktioniert ganz gut, aber es ist ein, wenn ich ein öffentliches Netzwerk habe, bei dem ich halt gar keine Gebühren zahle, warum sollte ich denn die Kreditkarte nutzen? Genau. Und warum sollte ich ein privates System nutzen? Jetzt gibt es ja keine Alternative. Ich muss ja irgendwie Mastercard, Visa, PayPal mit ihren drei bis fünf Korrespondenzbanken dahinter, die alle die Zahlungen stoppen können und so weiter. Ich muss das ja alles benutzen, das auch sehr ineffizient und somit sehr teuer ist. Als Kaffeeladen oder was auch immer, wenn ich Gemüse verkaufe, auch irgendwie an einem Markt, ich war da am Marktplatz vorhin gerade, Brunchen, dann muss ich das ja benutzen. Ich muss irgendwie die private Finanzinfrastruktur benutzen und bin denen einfach komplett ausgeliefert und hoffe einfach, dass die mir dann das Geld zahlen, das mir zusteht und muss denen die Gebühren zahlen. Wenn ich einen 50-Euro-Schein nutze und der geht durch 700 Geschäfte, ist am Schluss immer noch der 50-Euro-Schein da. Wenn ich dieselben 50 Euro einmal ausgebe und die geht durch 700 Geschäfte, ist am Schluss nichts mehr da. Weil alles über die Gebühren abgegangen ist. Genau. Und dann jetzt neu, oder bis jetzt ist es in der Gesellschaft und in der Wirtschaft noch nicht angekommen, aber in zehn Jahren glaube ich, dass es wird, in 20, hat es eben diese Alternative neben dem privaten Finanzinfrastruktur-Netzwerk auch diese öffentliche Finanzinfrastruktur zu benutzen. Und weil es eben günstiger ist, 24-7 effizienter ist, global ist, glaube ich, dass auf einem natürlichen Wege, gerade auch eben, wenn die Millennials die Geschäftsleitungen dieser Firmen übernehmen werden, dass natürlich dort immer mehr Aktivität reinfließt. Wir müssen aber auch als Unternehmer, der jetzt mit Bitcoin gar nichts zu tun hat, sondern das nur als Zahnungsmittel nutzt, uns einstellen auf eine andere Konsumentenwelt. Weil du hast bei Bitcoin keinen Überzugsrahmen, du hast keinen Kreditrahmen, eine Kreditkarte, ist ja nicht dein Geld, das ist auch das Geld auf deinem Konto nicht dein Geld, aber lassen wir das mal so stehen. Das heißt auch, dass du, weil heute geht es eigentlich in eine andere Richtung. Wenn ich eine Firma, wenn ich ein Elektronikhändler bin, dann will ich, dass du dann einen Flatscreen bei mir, bei der sogenannten Quote-unquote Null-Prozent-Finanzierung machst, weil dann kannst du noch mehr Klumpet kaufen. Aber das ist natürlich dann schon anders. Und das sehen wir ja jetzt schon im Kleinen, dass Bitcoiner ja sehr vorsichtig sind dabei, sich von ihren Bitcoins zu trennen. Das heißt, du hast einerseits eine Technologie, die besser ist und auch dir gleich das Geld gibt. Aber andererseits, es läuft schon kontra dem Konsumwaren, sage ich mal. Ja, ja, absolut. Ich glaube aber dann auch, dass eben, weil das immer als wertvoller dann angesehen wird als Fiat-Währung, dass eben die Geschäfte dann auch inzentivieren, die Leute damit zu bezahlen. Das siehst du heute schon bei der größen Bitcoin-Konferenz, Bitcoin in Miami. Wenn du jetzt ein Ticket mit Sets bezahlst, dann hast du 10 oder sogar 20 Prozent Discount, als wenn du es halt mit Fiat-Währung bezahlst. Und das glaube ich halt schon, dass das dann Sinn macht, dass die Leute merken, die Geschäfte merken, hey, am liebsten hätte ich eigentlich Bitcoin, weil dann zahle ich keine Gebühren. Und dann habe ich eben echtes Sound Money, oder? Echtes Geld. Dass sie dann Rabatte zum Beispiel geben werden, wenn du in Bitcoin bezahlst. Ich könnte mir das vorstellen. Und dann glaube ich eben auch, dass es diese zwei Systeme auch noch sehr, sehr lange parallel geben wird. Also ich glaube auch, dass in 10, 20, 30 Jahren immer noch Leute mit Kreditkarten zahlen, so wie heute auch immer noch Leute mit Bargeld bezahlen. Das ist eigentlich dann einfach eine weitere Zahlungsmethode, die halt eben auf einer öffentlichen Infrastruktur ist, die zensurresistent ist, die man selbst halten kann, die nicht abhängig ist von Banken und Regierungen, die nicht weginflationiert werden kann. Das werden niemand mehr Leute merken. Und die eben vor allem, nicht deflationär, aber disinflationär ist, dass es heisst… Brav, sehr brav. …dass sie eben langfristig die Kaufkraft erhält. Und nebenbei hast du ein inflationäres Geld, das vielleicht zum Ausgeben, wenn du immer noch in dem bezahlt wirst und immer noch Steuern damit bezahlen musst, das halt aber langfristig in Wert abnimmt. Und ich denke da, das eine ist halt dann eben die Spartechnologie und wird immer mehr auch als zur Zahlungstechnologie. Aber eigentlich, um abrundend eine Frage zu antworten, ich glaube, dass in den nächsten so 10 bis 20 Jahren nicht der Hauptnarrative sein wird, Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, sondern vor allem Bitcoin als Spartechnologie. Und erst wenn dieser Case ganz ausgeschöpft ist – und der ist noch lange nicht ausgeschöpft – also da glaube ich eben wirklich, dass vor allem auf diesem Narrativ Billions of People and Trillions of Dollars reinkommen. Aber wenn der dann ausgeschöpft ist, glaube ich schon auch, dass sich Stück für Stück auch zur Zahlungseinheit durchmausern wird. Aber wie früh sind wir dann? Weil ich meine, das ist ja verrückt, wenn das – also verrückt – dieses globale – übrigens werden die Staaten, weil du sagst, dass ich zahle die Steuern ein Ding, aus der Logik heraus, dass Bitcoin immer stärker, immer mehr wert wird, immer beliebter wird und auch immer stärker genutzt wird, müssten ja theoretisch Staaten dann auch anfangen einfach – und das ist ja in der Schweiz zum Beispiel auch schon möglich – eine Steuern in Bitcoin zu bezahlen. Aber ich nehme nicht an, dass die Bitcoin dort gehalten werden. Oder eben. Ich glaube, dass die Staaten irgendwann einmal zu dem Punkt kommen würden, wo sie die Bitcoin dann auch halten müssten. Also die sie über Steuern beispielsweise einnehmen. Das heißt, wir sind in dieser Vision, die du dann hier präsentierst, sind wir mega früh. Mega früh. Super früh. Also gemäss Nutzerzahlen – das finde ich eine spannende Analogie halt zum Internet, oder? Das Internet hatte 1998 ungefähr 300 Millionen Nutzer. Und das war noch vor der Dotcom-Bubble. Das war bevor Amazon, Google und Facebook populär waren. Das war bevor jeder ein Smartphone hatte und damit internetfähig war. Trotzdem aber schon 300 Millionen Leute, oder? Und wir haben genau auch 300 Millionen Crypto-Wallets jetzt und wahrscheinlich etwa die Hälfte oder mehr Bitcoin-Wallets jetzt. Also sind wir irgendwo zwischen 1995 und 1998. Vielleicht wahrscheinlich sogar noch früher, wenn du die rausrechnest, die bedeutungslose Summen haben in ihren Wallets. Ja. Ich glaube, was habe ich gehört jetzt vor kurzem? 0,037% – also wirklich extrem wenig, die ernsthaft investiert sind. Absolut, genau. Und deshalb, glaube ich, wir sind in einer sehr ähnlichen Phase wie eben ganz früh beim Internet noch vor den Dotcom-Bubble. Ich meine, das Internet war ja in den ganzen 90ern schon ein Ding. Das war immer in der Presse immer wieder. Die meisten Leute, die du befragt hast, 70-80% kannten das Internet in den 90ern, wie heute auch. Wenn wir hier in Wien auf die Strasse gehen und eine Stunde Leute fragen, ich würde sagen, 70-80% haben mal Bitcoin gehört. Ja. Aber die wenigsten nutzen es, die wenigen verstehen es und so weiter. Und ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr ähnlichen Phase. Und wenn du denkst, wie früh im Internetseithalter halt die 90er waren, wenn du jetzt schaust, was da in 20 Jahren gegangen ist. Und das Internet war auch so. Ich meine, es hat ja in den Anfang 80er-Jahren gestartet und eigentlich erst und 20 Jahre später hatte das durch diesen Hype und nach dem Crash wurde das dann totgeschrieben. Ja. Und erst 30 Jahre später kamen die echten Anwendungsfälle und die echten Megafirmen daraus raus und die echte Adoption hat erst 30 Jahre später stattgefunden. Und ich glaube nicht, dem Argument glaube ich nicht, dass das jetzt schneller gehen sollte, weil wir das Internet haben, weil sie hier Informationen schneller und globaler verbreiten. Glaube ich nicht, weil das menschliche Hirn ist immer noch dasselbe. Und das Verhalten adaptieren, das ist heute der gleiche Prozess wie vor 100 Jahren. Weil wir als Mensch mit dem reptilen Kleinhirn, das wir haben, wir verändern uns nicht so schnell wie die Technologie. Deshalb glaube ich, dass mit Bitcoin und auch mit den nächsten neuen Technologien, die kommen werden, das wird immer ungefähr eine Generation dauern, bis sich das durchsetzen. Und das sind eben Jahrzehnte. Alright, dann würde ich sagen, Julian, 2033 bist du auf jeden Fall schon gebucht. Ja, geil. Kannst du hier sitzen und sagen, wie es ausschaut auf der Bitcoin und auf der Relay. Das wird witzig. Wahrscheinlich alles falsch, was ich hier gesagt habe. Not even close. Ich glaube, wir müssen das tatsächlich schon vorher wiederholen, nicht erst in zehn Jahren. Gerne. Jetzt sagen wir uns noch, Relay, was sind die wichtigsten Eckdaten, wo kann man euch finden, wie kann man euch nutzen, was soll man tun? Am besten geht ihr jetzt alle in den App Store, Relay eingeben und dann kannst du innerhalb von einer Minute die App runterladen und deine ersten Bitcoins kaufen. Du musst deinen Namen nicht angeben, keine KYC-Onboarding-Prozesse machen, dich nicht registrieren oder verletzieren kannst. Direkt anfangen, bereits ab zehn Euro kannst du deine ersten Bitcoins kaufen, hast sie dann direkt auf deinen eigenen Mobile Wallet. Und das ist eigentlich Relay, der einfachste Weg, Bitcoin zu kaufen und auch zu halten eben mit deiner eigenen Non-Custodial Wallet auf dem Smartphone. Wichtig natürlich einfach, dass du die Private Keys sicherst, die du bekommst, die zwölf Wörter unterschreibst. Und dann ist es eigentlich das, was wir machen. Finden kann man uns auf unserer Website Relay.app, in fünf verschiedenen Sprachen, natürlich Deutsch und Englisch auch. Auf Twitter sind wir relativ gross. Einfach bei Twitter Relay suchen oder auch auf LinkedIn oder Instagram. Dort bin ich auch aktiv, also könnt ihr mich auch anschreiben. Jetzt ganz kurz, als Service bedingt, es gibt vier grosse Bitcoin-Only-Anbieter, ich würde das gerne unterscheiden, weil ihr habt, es gibt vier grosse Bitcoin-Only-Anbieter, die nenne ich jetzt einfach mal. Das sind Relay, Coinfinity, 21-Bitcoin und Pocket-Bitcoin. Und die Heiligensweise ist unterschiedlich. Du hast gesagt, wenn ich eure App runterlade, bekomme ich eine vollwertige Bitcoin-Wallet auch, die in eurer App quasi abrufbar ist, die ihr quasi erstellt. Aber es ist meine Wallet, richtig? Das heißt, ich habe die Wörter und so. Aber ich muss sie auch erstellen. Eine Custodial-Wallet habt ihr gar nicht. Wir haben keine Custodial-Wallet. Nein, genau. Du hast eigentlich in den ersten zehn Sekunden, wenn du die App runterlässt und startest, dann wird bei dir in der Wallet ein Private Key generiert und gespeichert, kryptographisch gesichert auf deinem Smartphone. Und du mit deiner Face-ID als Nutzer bist die einzige Person, eigentlich der, der zugreifen kann darauf. Also wir haben deine Private Keys nicht. Wir können nicht zugreifen auf das Geld und das wollen wir eben genau auch nicht. Genau. Und der Unterschied ist dann zum Beispiel bei Pocket oder Coinfinity ist es bis jetzt so, dass man überhaupt eine externe Wallet quasi sich erstmal besorgen muss, nicht? Genau. Also bei 21-Bitcoins zum Beispiel, die sind halt Custodial. Die haben tatsächlich Custodial, ja. Da hast du eben nicht direkt die Private Keys, sondern musst eigentlich noch eine externe Wallet dann in die runterladen und die transferieren, wenn du wirklich selbst Besitz übernehmen willst. Und bei Pocket-Bitcoins ist es so, dass du eben deine eigene Wallet bringen musst. Genau. Das ist der klassischste Zugang quasi. Genau. Also du hast eine Website, dann musst du eben deine eigene Hardware-Wallet kaufen, was für Neueinsteiger häufig so eine Hürde ist. Nein, man muss nicht Hardware-Wallet. Man muss keine Hardware-Wallet kaufen. Oder irgendeine Wallet, genau. Kann irgendeine Wallet sein. Und dann gibst du da die Adresse ein, gehst den Prozess durch, da musst du dich auch nicht registrieren. Also es ist eigentlich sehr ähnlich wie wir, außer eben du hast keine Smartphone-App und du hast keine eigene Wallet direkt mitgeliefert. Und dann bei Coinfinity bin ich nicht sicher, wahrscheinlich ähnlich. Bei Coinfinity haben jetzt App und Online und ist es aber so wie bisher, so wie auch immer aus der Tradition heraus, quasi not your keys, not your coins. Auch aus der Zeit heraus, in der du eben noch keine App hatte, die dann sofort die Private Keys erzeugt hat und so. Ja. Ja, also du bringst deine eigene Wallet mit und überweist es einfach dorthin. Ja. Genau, okay, genau. Und bei uns ist es eben so die quasi, also wir glauben, dass es die einfachste Art ist, aber es kommt halt darauf an, was du als Nutzer willst. Ja. Viele Nutzer wollen das halt direkt auf die Hardware-Wallet machen, auf die externe Wallet. Kann man bei uns, by the way, auch. Aber wir sind eigentlich so vor allem für die Neueinsteiger, die einfach sagen, hey, ich will innerhalb von einer Minute kurz mal für 10, 20 Euro Bitcoin kaufen, einen Sparplan einrichten. Über 60 Prozent unserer Nutzer haben ja auch einen Sparplan eingerichtet und dann einfach das regelmässig auf meine Wallet kriegen. Und dann später kann ich dann auch, zum Beispiel kannst du auch eine Bitbox kaufen über uns, also eine Hardware-Wallet und dann auch... Und man kauft sie über den Shop und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, um 5 Prozent zu sparen. Dann sage ich mal nur. Kann man natürlich auch. Kann man natürlich auch. Sehr, sehr gute Empfehlung. Und dann kannst du eben diese Coins, die du bereits gestackt hast, da rüber transferieren oder sogar eben auch mit Relay-Ein-Sparplan direkt auf die Hardware-Wallet. Genau. Also wir versuchen einfach den einfachsten Zugang zu bieten und wir sind auch sehr beliebt bei Bitcoin und die Neulinge-Einsteiger quasi ausbilden, um weiter zu empfehlen. Weil du kannst wirklich in einem Lift in 30 Sekunden kannst du kurz sagen, hey, wenn du mal Bitcoin kaufen willst, hier ist mein Code, verdienst du sogar noch was dran, dieser neue Nutzer hat einen Rabatt auf die Gebühren und kann kurz App runterladen und seine eigenen ersten Bitcoins. Und seit kurzem ja auch 24-7, wirklich direkt unmittelbar kannst du mit Apple Pay, Google Pay Kreditkarte kaufen und direkt, also auch am Sonntagmorgen oder was auch immer, direkt eben die Bitcoin in deine eigene Wallet kriegen. Und das ist eigentlich etwas, das keiner dieser anderen Anbieter bietet. Aber ich finde auch die anderen Anbieter natürlich super cool. Jeder Anbieter, der eben mithilft, diese Billions of People und Trillions of Dollars ins Bitcoin-System zu kriegen und unterstütze ich. Ich meine, da muss man ganz klar sagen, wenn du, wenn du wirklich von dieser Vision ausgeht, dann kann man ja quasi als Bitcoin-Anbieter nur über sich selbst stolpern. Also wie Konkurrenz wird es nicht sein, weil dann ist so viel da, so viel Kuchen noch da, der zu wachsen ist. Das ist dann quasi, Selbstläufer ist ein falscher Ausdruck. Aber du weisst, was ich meine. Absolut. Ich glaube auch nicht, dass es ein Winner-takes-it-all-Game ist. Das ist auch immer mit In-Visie-Gesprächen sehr wichtig. Es gibt Industrien, die sind Winner-takes-it-all-Games. Wie zum Beispiel, oder Few-Winners einfach so, wie Social Media zum Beispiel. Es gibt halt nicht hunderte verschiedene Social Media-Plattformen, weil es geht um den Netzwerkeffekt. Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok. Es gibt ein paar große, aber es gibt halt nicht hunderte. Aber Bitcoin schon, ne? Bei Bitcoin selbst, ja. Das Geld-System ist ein Winner-takes-it-it-all-System. Richtig? Aber auch langfristig nur. Ja. Weil du auch richtig gesagt hast, die Systeme werden parallel. Aber du meinst, dass quasi die Onboarding, die Broker, wie man es auch immer nennen will. Die Service-Providers, die sind halt endlos. So wie bei Handys. Richtig. Bei Handys oder auch bei Browser zum Beispiel. Das ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt ganz viele verschiedene Browser, die Zugang zum Internet ermöglichen. Und gerade auch eben im Finanzsystem. Es gibt dann auch Finanzdienstleister, wie viele Banken es gibt. Schon allein in Österreich, in Deutschland. Ein bisschen weniger als in der Schweiz. In der Schweiz gibt es hunderte. Und weltweit gibt es tausende verschiedene Banken. Also das glaube ich eben, dass die Bitcoin-On-Rams quasi in einer ähnlichen Industrie sind, in einer Finanzdienstleistung. Und da gibt es ganz viele Kundengruppen, verschiedene Bedürfnisse. Und deshalb wird es auch ganz viele, wie du vorhin gesagt hast, viele verschiedene Provider geben. Und der Kuchen wird immer grösser. Und deshalb werden da viele verschiedene Firmen einen guten Anteil dran kriegen in diesen nächsten 10 bis 20 Jahren. Ausgezeichnet. Julian, danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich freue mich, wenn wir das Gespräch bei Gelegenheit wiederholen. Sehr gerne. Und wünsche ein erfolgreiches, spannendes und wildes Jahr 2023. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Nico. Und danke auch für den Krapfen vorhin. Ah, du hast es ja gewerkt, wie es heißt. Der Berliner. Ein Krapfen ist ein Berliner. Der Wiener Berliner. Der Wiener Berliner, ja. Ein Gepäck mit Marmelade, Konfitüre, wie auch immer. Super lecker, musst du keinen Mittagessen. Wenn du das so Mehlfuhr isst, musst du keinen Mittagessen mehr haben.